Rendezvous «Wissenschaft im Gespräch» heisst es Anfang September in Bern. Die wissenschaftliche Ideeschmied REACH hat zusammen mit der Akademie der Wissenschaften zum Gespräch eingeladen und dabei auch der Politik auf den Zahn gefüllt. Im Grundsatz braucht es für jedes Problem eine Grundlage, die auf Daten basiert. Und das ist die Wissenschaft, ihre Domäne, sie kann Daten sammeln, sie kann analysieren. Wenn ich jetzt das Thema Umwelt zum Beispiel nehme, den Klimaschutz, wir Politikerinnen und Politiker sind dringend angewiesen auf verlässliche Analysen und für das brauchen wir die Wissenschaft. Ja, Wissenschaft und Politik müssen von mir aus gesehen dort zusammenspannen, wo es darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen. Das heisst für mich, dass die Wissenschaft eine sehr zentrale Rolle hat, wenn es darum geht, die Politik zu unterstützen bei Statistiken, bei Grundlagen, dass wir dann eine Entscheidung fällen können. Aber es wäre von mir aus gesehen nicht zielführend, wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler politisch argumentieren, sondern sie müssen sich auf den Grundlagen von Forschung und Entwicklung beruhen. Und das ist ihre Aufgabe. Mir ist exakte Wissenschaft wichtig. Und auch das bringt uns effektiv weiter. Darum ist das in allen Naturwissenschaften, wo sicher Politik und Wissenschaft miteinander zusammenarbeiten können. Politik und Wissenschaft müssen zusammen die Zukunftsfragen beantworten. Ich denke an die Digitalisierung, aber auch die grosse Herausforderung Klima. Das können wir nur zusammen, da müssen die Wissenschaft grosse Aufgaben erfüllen. Da müssen wir miteinander, die ganze Gesellschaft grosse Aufgaben erfüllen. Das geht nur zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen Politikern und Wissenschaft ist schon jetzt sehr gut. Es ist so, die Politik muss schauen, dass sie möglichst faktenbasiert unterwegs ist und mit Fakten arbeitet. Die Wissenschaft muss auch verstehen, dass die Politik eine Gewichtung machen muss, die nicht in ihrer einzelnen Disziplin oder einem wissenschaftlichen Aspekt entspricht. Daher wird die